Wo oder wohin? Setzen wir ein. Wo außen? Wohin nach außen? Wo in München? Wohin nach München? Wo oben? Wohin nach oben? Wo? Weg. Wohin? Weg. Wo in der Mitte? Wohin? In die Mitte. Wo rechts? Wohin? Nach rechts. Wo im Westen? Wohin? In den Westen oder nach Westen? Und noch einmal. Wo oder wohin? Außen nach außen. In München? Nach München. Oben? Nach oben. Weg? Weg. In der Mitte? In die Mitte. Rechts? Nach rechts. Im Westen? In den Westen oder nach Westen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Bis dann. Geh entra unduro habe euch gefallen. Auf jeden Fall treffen wir heute Morgen. Wait.